Tut mir leid, okay? Wingen vorhin. Ist gut, schon vergesst. Wo kommst du genau aus Köln her? Ja? Wo kommst du genau aus Köln her? Ich bin aus NRW, woher bist du? Bitte? Ich bin aus NRW, wo bist du? Ja, aber wo genau aus Köln? Also aus Ehrenfeld, du? Ehrenfeld. Ja, dann ist gut. Ist mir so scheißegal, auch wenn ihr gehört habt. Was? Was hast du gesagt? Es ist mir so scheißegal. Hey? Es ist mir so scheißegal. Ich meinte, es ist mir so scheißegal. Ich bin aus Köln, aus NRW und ja. Was bist du? Aus Köln, aus NRW komme ich. Aus Ehrenfeld, Fenloor. Ja. Sag dir was? Ja, hab ich weiß. Ja, sag mir was. Lars, läufst du ein Marathon oder was? Lars. Was hab ich? Läufst du ein Marathon? Ja, ich will das Marathon. Ja, ich will das Marathon. Also bist du zu Hause jetzt oder nicht? Ja, äh, bin ich. Gut. Bin ich. Ich hab ein Geist gesehen. Was hast du? Kastner, den Geist. Und? Und? Ach, du redest nicht. Du fragst mich nichts. Hallo? Frag mich doch mal was. Ich wollte gerade anfangen. Wohnst du alleine? Ja. Wie viele Zimmer hast du? Zwei. Okay, jetzt arbeitest du. Ich bin dran. Was? Ja, vor kurzem bin ich. Was? Ja, vor kurzem bin ich. Als was hast du gearbeitet? Ich habe ... Ja, war noch bei der Gärtnerei, Landschaftsbauer. Dann war der Müllerfuhr. Dann war ich woanders rum. Dann war ich Hausmeister. Kannst du dich jetzt mal hinlegen, damit ich nicht ganz dieses Raschen höre? Ich habe mich jetzt hingelegt. Lars, du süße Maus. Wer ist Lars? Was? Meine Katze. Hast Katzen, ja? Ich habe drei. Tatsächlich. Ja. So, und was machst du jetzt beruflich? Ich bin selbstständig. Ich bin Kosmetikerin und leite eine Zugvogelfirma. Oh, krass. Mhm. Bei euch bei dir. Danke. Ist doch schön. Mhm. Ja, und dann ist wirklich gut. Ja, und wieso hast du gekündigt? Du warst ein Schäfer-Muren-Songes. Wieso hast du das denn gemacht? Scheiße, einfach Scheiße gemacht. Da, wo du als Hausmeister gearbeitet hast? Ich habe mich Scheiße behandelt, ja. Mich hat das Scheiße behandelt. Lass mich nicht Scheiße geben. Warte, wie bist du noch mal? Weil gerade gesagt, wie alt ich bin. Ich habe es vergessen. Wie alt warst du noch mal? 25, 26 hast du gesagt, ne? 25. Ja, ich bin 29. Okay, und wie kann es sein, dass du mit 29 Hausmeister bist? Ja, was ist? In welchem Jahr hast du Geburtstag? Was? Was? In welchem Jahr hast du Geburtstag? In welchem Jahr hast du Geburtstag? Hm, mir meinst du nicht. Okay. Jetzt kannst du ja rechnen. Ja. Hör auf, zu rasch. Lässt dein Mikrofon kaputt oder was ist das? Nein, alles gut. Was machst du die ganze Zeit? Spannend. Gar nichts. Jemand, das nervt. Bitte? Es nervt, dass du so raschelst. Ich raschle noch gar nicht mehr. Ja, okay. Wo waren wir stehen geblieben? Bei meinem Alter. Ich weiß nicht, wie alt ich bin. Bist du okay? Ja. Ja. Gut, und wie lange ist deine richtigen Beziehungen her? Zwei Jahre. Ja. Tick-Tick-Tick-Tick-Sportlich. Und was auch immer und ewig. Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick. Hä? TikTok-Live oder was? Oh mein Gott, du bist echt, also... Ja, weil du TikTok... TikTok-Sportlich, hab ich gesagt. Ja, weil das fast jeder sagt, also... Aha. Ja, aber es hat nicht mehr gepasst. Ja, wieso nicht? Was hat nicht mehr gepasst? Passt immer, nein. Das Ding ist, ja, das hat nicht mehr gepasst, weil ich hab die nicht mehr so ernst genommen, weißt du das? Du hast die nicht mehr ernst genommen? Oh. Die hatte entsprechende Vorgeschichten und deswegen... Wieso, was war die Vorgeschichten? Sag mal bitte. Ja, die hat sich halt rumgeholt, so, ne? Das war das. Ah, davor aber, bevor sie dich kennengelernt hat? Ja. Okay, und... Ja, aber du wusstest das doch. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Vielen Dank.